Die Summerserie vom Willisauer-Bot steht dieses Jahr unter dem Motto «Ein Quartiert». Für die sechs Ausgaben zwischen dem 16. Juli und dem 9. August besucht die Redaktion je ein besonderes Quartier aus der WB-Region. Wohnen Sie in einer Nachbarschaft, in der sich alle in- und auswendig kennen, in der sich Grosseltern und Kinder gleichermassen so wohl fühlen, wo es einem Nebeneinander ein Miteinander wird. Ob die Blocksiedlung, Einfamilienhausquartier oder die neuste Überbauung, melden Sie Ihres Quartier an, um als eines der sechs Quartieren, die in der Summerserie besucht werden, ausgewählt zu werden. Schicken Sie dazu den Namen Ihrem Quartier mit einem Kurzbeschreib, was es Besonderes macht an sommerserie-at-willisauer-bote.ch. Schreiben Sie auch noch Ihre Telefonnummer dazu, damit wir Kontakt aufnehmen können. Einsendeschluss ist der 7. Juni und benachrichtigt werden die ausgewählten Quartiere bis am 14. Juni. Natürlich gibt es auch etwas zu gewinnen. Willisauer-Bot verhilft einem dieser sechs Quartier zu einem gelungenen Quartierfest. Wir freuen uns auf alle Bewerbungen.